Servus liebe World of Warcraft Freunde und willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute mit Neuigkeiten zu Patch 9.0.5 und wie ihr mehr Anima bekommen könnt. Wenn euch das Video gefällt, lasst gerne ein Like und ein Abo da und aktiviert die Glocke und damit rein ins Video. Viele von euch haben ja auch gesagt, dass aktuell in Shadowlands zu wenig Anima da ist. Über World of Warcraft, Raids, M+, gibt es einfach zu wenig. Dafür braucht man es aber, um Paktgear aufzuleveln, um seinen Pakt aufzurüsten, die einzelnen Gebäude bzw. die einzelnen Stufen, die da zu verbessern sind. Und mit 9.0.5 bekommt ihr eine neue Edition quasi, wie ihr mehr Anima bekommt. Und das sieht so aus, es wird sein, dass diese Seelen, die ihr für euren Paktausbau aus dem Schlund holen könnt, bei 100 gecappt werden. Und wenn ihr das Maximum an Seelen erlangt habt, bekommt ihr für die Weekly Quest, in der es normalerweise Seelen im Schlund gibt, zukünftig 500 Anima. Ist nicht die Welt, aber besser als nichts. Nach dem Patch wird das dann scheinbar wieder normal sein. Also ich gehe mal stark davon aus, dass mit 9.1 neue Ausbauten kommen werden und man da wieder die Seelen braucht. Dementsprechend wird das Ganze denke ich mal von 9.0.5 bis 9.1 sein. Diese Sache mit dem Anima, schauen wir mal, wie es ist. Aber die Seelen, so wie es jetzt aussieht, werdet ihr nicht verlieren, wenn ihr sie auf dem Cap habt. Also holt euch 100 Stück davon, wenn ihr alles schon ausgebaut habt. Und seht zu, dass ihr dabei bleibt. Verlieren scheint ihr dabei nichts. Oder zu verlieren scheint ihr dabei nichts. In diesem Sinne, danke fürs Zusehen. Ich denke, es ist ein kleiner Schritt in die richtige Richtung, wieder ein bisschen mehr Anima zu bekommen. Müssen wir mal schauen, wie es sich letzten Endes auswirkt. 500 wirkt jetzt erstmal wie ein Tropfen auf dem heißen Stein. Aber wie sage ich immer, besser als nichts. Was ist eure Meinung dazu? Schreibt es mir gerne in die Kommentare und damit bedanke ich mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Video und reingehauen!